Feier mit uns und kein Kehle bleibt ruck'n Olli krieg's dann in der Luft und dem Ahl zorg'n die Dutten Heit werd sing, wir danzen ruck'n, dann ruck'n und stein'n wir den Verruck'n Einfach Bierzeit, Bierzeit, Party, Party 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 Grüßt euch, herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Sachsen. Es freut uns sehr, dass ihr bei SCORE4 der Band mit Format, dass ihr euch da eingefunden habt und es ist so, wir hätten ein paar Fragen einfach an euch bezüglich eurer Band-Historie und überhaupt grundsätzliche Fragen zu euch als Personen und da hat mich natürlich als erstes interessierend wer seid ihr überhaupt? Wenn ich mich so richtig erinnern, kann ich mich an euch nicht? Ich kann mich nur an die Sachen erinnern, weil ich mich an Metallica und so und ich kann mich nur an die Sachen erinnern, weil wir zusammen und so und ich sagen mit euch was ist so halbwegs also wer seid ihr und was für einen Sound macht ihr überhaupt? Wir sind Los Brutalos Wir sind eine bayerische Rechtsrock-Band Wir machen bayerischen Hip-Hop und ein bisschen Rock mittlerweile weil wir jetzt eine komplette Band sind früher waren wir nur drei Rapper das hat sich aber mittlerweile erledigt Hast du rappt? Ja, ich rapp schon noch, aber jetzt habe ich auch eine Band um mich herum geschaffen und deshalb habe ich jetzt auch der leichte Rock-Einfluss Ok Was spielst du dann? Schlagzeug Also du bist quasi der Ich bin der Ist es dann schwierig, wenn jetzt jemand so mit ganz außen mit ganz so tight werdet und dass man über die Schlagzeug enttächt Das ist super tight Ist es dann schwierig, wenn jemand eine ganze Zeit Schlagzeug spürt oder dann so tight Wir harmonieren da ganz gut Das ist gut, wenn beide nicht so tight sind Dann passt es wieder irgendwie Dann haben wir den gleichen Promillewert Das ist das richtigste Das ist genau, da muss man immer aufpassen Das schaffe ich nicht immer beim Basti Nein, das stimmt Ich bin dahinter, aber Das ist richtig Ihr wisst ja, Scoreford die Band mit Format Warum ist das jetzt im Speziellen für euch so eine große Ehre mit Scoreford die Bühne teilen zu dürfen Das ist voll Das ist eine gute Frage Was ich echt cool fand Für euch Und da beneide ich euch Auch wirklich bei der Allianz Arena Wo ihr da die Allianz Arena mit dem Ding gespielt habt Während sich die Bayern Spiele aufgewärmt haben und ihr euren Sonder gespielt habt Das fand ich echt geil Wir können das ja bei Süden beten uns einmal Ihr spielt es und wir werben uns für unsere Arbeit Das ist ja Das kommt vor Ja Wir hatten ja Trotz fehlender Nummer Eins extrem großen Einfluss auf die Musikszene die Moodeszene etc Womit haben wir euch als Band oder als Menschen am meisten beeinflusst? Ich trage keine Unterwäsche Ja 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 Okay Das riecht das erstmal nicht Das riecht das jetzt aber auch Ja Aber das kann der I sein Stimmt Ja Die Band score war Wenn ihr die mit einem Tier vergleichen müsstet Ja Was war das denn falsch Ganz spontan Ganz spontan Und nur mit Tier Gibt es einen Grund oder ist einfach nur so wie gesagt Einfach so Das war das Erste an was ich gedacht hätte Ja Schön Schön Ja Schön Ja WTF Okay Ja Und wenn wir jetzt Sie ja gerade wieder klären haben Score vor Die Band mit Format Ja Ja Wenn ihr euch jetzt so einen Slogan geben müsst Ja Wie könnten der laufen Ja Ja Lassen wir da los So fahren im Mund Also vielen Dank dass euch die Zeit genommen hat Sehr geschehen Diese Zeilen Vielen Dank dass wir kämmen dürfen Ja Das war vor der Band mit Format Komm schon die Kamera War uns eine Ehre Ja Ja Das letzte Wort Soll So von euch kommen Habt ihr noch ein paar Worte an die Leute draußen die ihr jetzt richten möchtet auch speziell auf Süden Bebti oder auch zu euch oder ganz egal Okay Das letzte Wort Von euch Hallo Servus Wir sind die zwei wichtigsten von Los Brutalos Eigentlich sind wir zu fünft oder zu sechst Schaut auf jeden Fall vorbei zu der Süden Bebt Da könnt ihr dann mit uns um jetzt gar vor ein paar halbes auf Und vielleicht spielen wir dann sogar noch Aber das ergibt sich dann an dem Amt Garantieren möchte ich dafür nichts Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Vielen Dank.